Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 22. August. Ja, heute ein bisschen verspätet aufgrund technischer Probleme und auch eine relativ kurze Folge. Ich glaube, zurzeit ist die Gamescom wohl das große Thema und deswegen haben wir heute als Themen Android 8, Syncrypt, Playstation und Xbox One X. Ja, gestern noch darüber geredet, wie heißt das neue Android und es wurde halt abends vorgestellt und es heißt dann doch, sogar wie das erste Video, was wir gestern in dem Artikel angesprochen hatten, Android Oreo. Also hier die Kekse, schwarz-weiß, also schwarzer Keks, weiße Füllung und ja, das ist nach KitKat nun auch die zweite Marke, die ein Android benennen durfte. So, ja, also ich mag Oreos, ob ich Android Oreo mag, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber mal ein anderes Thema, Ransomware, also ja, so eine Art Computer-Virus, die ihr euch dann erpresst und dann müsst ihr zahlen, im Regelfall via Bitcoin, damit eure Daten wieder freigegeben werden. Das hatten wir ja auch in letzter Zeit ein paar Mal, das hat ja auch große Unternehmen wie zum Beispiel auch die Bahn getroffen. Ja, und jetzt gibt es eine neue Ransomware und zwar Syncrypt und die versteckt sich in einer JPEG-Build-Datei. Und wenn die danach ein Skript ausgeführt hat, ja, dann ist erstmal wieder alles gesperrt und dann wollen die ungefähr 429 US-Dollar haben. Und zurzeit gibt es noch keine Lösung, falls das passiert ist, außer halt zu zahlen oder, was wir ja im Geek Talk auch immer sagen, ihr habt natürlich ein aktuelles Backup, dann spielt ihr das einfach wieder ein und versucht natürlich herauszufinden, welche JPEG-Datei schuld war und löscht diese. Ansonsten natürlich auch wieder der Hinweis, öffnet, nicht einfach Sachen, die ihr geschickt bekommt. Die meisten denken natürlich dabei immer an Excel-Dateien, aber auch JPEG-Dateien haben nun eben diese Ransomware drin versteckt. Von daher auch da doppelte Vorsicht. Und wenn wir schon bei Hacker sind, gehen wir mal so langsam in die Gamescom-Woche über. Aber die Hacker der Hacker-Gruppe OurMine haben nämlich jetzt die Facebook- und Twitter-Accounts von Playstation gehackt. Haben ein paar Tweets rausgejagt. Mittlerweile hat Sony auch wieder übernommen und die Tweets gelöscht. Also nicht so ein Riesenthema. Aber, ja, die Accounts wurden erstmal gehackt. Das ist übrigens die gleiche Hacker-Gruppe, die auch so ein HBO und Game of Thrones letztens die Social-Media-Kanäle gehackt hat. Und, ja, das war eigentlich die Nachricht dazu. Die letzte Nachricht kommt dann von der Playstation-Konkurrenz und zwar von Microsoft. Es gibt die Xbox One X nun als limitierte Ausgabe in der Project Scorpio Edition. Das war mal der Codename für die Xbox One X. Und, ja, so ein Riesenbruller, finde ich, ist sie nicht. Die hat das halt graviert auf dem Gehäuse. Die Verpackung ist noch ganz witzig, aber ich meine, hey, das ist der Pappkarton drumherum. Die sieht nämlich aus wie die allererste Xbox. Das ist noch ganz witzig. Und, ja, ansonsten scheint es erstmal nicht großartig, andere Sachen beizugeben für die Vorbesteller. Liegt bei 499 Euro. Und man weiß auch nicht, ob es limitiert ist. Oder wahrscheinlich ist es natürlich limitiert, aber auf wie viele. Und, ja, damit entlasse ich euch auch in den Dienstag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Und ich vermute, wir werden ein paar weitere Gamescom-Themen in den nächsten Tagen haben. Aber ich hoffe natürlich, dass auch noch andere Tech-Themen rauskommen, die ich euch präsentieren kann. Von daher, bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.